Die Outsiders Viertes Kapitel Die Neuankömmlinge Ah, Holmes, after our trip to Nippie, Switzerland, I can certainly use some of this New World heat Did not get carried away, Watson What we could certainly use are answers to my questions I know, but you look exhausted Why didn't we find the hotel first? We shall rest when our investigation is over and not a moment sooner I shall ask you to handle our bags while I search for the bank As you wish Oi, stop it, you! A luggage! Good Lord, what have you done? That's my stuff I'm sorry, Mister, it was an accident Ah, du Scheiße Na gut Ich hab gesehen, wir können erstmal was anheften Und wir können auch noch was nachgucken Wer verbirgt sich in Ta'ar? Ich könnte es sagen Ich habe alle Staffeln von Pretty Little Liars gesehen Nein Also ich hab sie schon alle gesehen Aber, äh, Bankhaus Das können wir schon mal reinnehmen Aber das bringt uns nichts Ja, keine Ahnung, warum wir da jetzt ein Ausrufezeichen drin hatten Können wir mit denen noch sprechen? Moment Oh Gott, okay Ich rede jetzt mal nicht mit jedem, ja? Entschuldigung, nur eine Frage Oh, ich weiß das Ja, lass mich dir helfen Oh Stimmt, ich hatte vergessen, dass ich das eben angeheftet habe Die Bank befindet sich in der Straße oberhalb des Hafens Links am Hafen an vorbei Gegenüber von Chinatown Ja, cool Das hier ist der Hafen Nehmt man das hier auch noch als Hafen Wenn ich jetzt hier drüber gehe Oder ist das hier schon die Stadt? Hafenamt Links vorbei am Chinatown Du bist aber wahrscheinlich, äh, der Bahnhof hier, nehme ich mal an Links vorbei am Chinatown Ich laufe jetzt in die falsche Richtung, oder? Moment Ähm In der Straße oberhalb des Hafens Links am Hafenamt vorbei Gegenüber von Chinatown Das müsste aber doch eigentlich hier sein Also entweder mussten wir jetzt hier rüber Wovon ich jetzt mal nicht ausgehe Was aber theoretisch sein könnte Was meinen die jetzt hier mit Chinatown? Also Sachen zu lösen Das kann ich gut, ne? New Orleans Police Department Aber Orte finden Das ist so eine Sache bei mir Achso, haben wir eigentlich die Karte Moment, äh Hafenamt Da können wir jetzt natürlich nirgendwo hin Chinatown Ist jetzt das, was rot eingekreist ist, Chinatown? Kann das sein? Bin mir jetzt nicht so sicher Laufen wir einfach mal ein bisschen in der Gegend rum Bis wir ja was gefunden haben Also das ist jetzt noch rechts von uns Aber die haben ja eigentlich gesagt Das soll links sein Aber links kam ich ja nicht weiter Und ich gehe mal davon aus Dass wir eigentlich Direkt weiterkommen sollten Also dass wir das jetzt nicht Dafür sorgen müssen Dass das runter geht Das hier ist Chinatown Okay So Haben wir das jetzt auch auf der Karte drauf? Ja, sage ich doch Das ist dieses rote Gebiet Das heißt Ach, da unten steht es auch Bank Wenn ich jetzt in die richtige Richtung laufe Müsste ich quasi auf die Bank zulaufen Ja, wäre natürlich einfacher gewesen Steht es auch Bankinghaus Wäre einfacher gewesen Wenn ich vorher gelesen hätte Dass da Bank drauf stand Das wollte ich sagen Der blinzelt Der ist kurzsichtig Okay Versteckte Boulevardzeitung Okay Abraham Lincoln lebt Was hat er da? Pistole Also Gewehr Das interessiert Holmes allerdings nicht so anscheinend Oder? Ja, das interessiert ihn nicht so Was könnte ihn denn noch interessieren? Da Die Tasche Hat etwas in der Tasche Ein Sandwich Woher will der wissen, dass das ein Sandwich ist? Der Wachmann vor der Bank Gibt ein bemerkenswertes Bild ab Er liest mit einem Sandwich in der Tasche Ein Schmierblatt mit der Schlagzeile Abraham Lincoln Und wirkt so wie ein paranoider Name Mit geringem kulinarischen Anspruch Sein Blinzeln deutet darauf hin, dass er extrem kurzsichtig ist Der Wachmann vor der Bank Sandwich in der Tasche Also das bleibt gleich Um Zeit zu sparen Achso, um Zeit zu sparen Und er liest eine Zeitung mit der Schlagzeile Was darauf schließen lässt, dass er die Dinge gerne kritisch hinterfragt Selbst die Wahrheit Er scheint so viel zu lesen, dass er mittlerweile extrem Kurzsichtig ist Tja Also wenn das jetzt Ein Wachmann ist Sollte er Jetzt nicht paranoid sein Aber er soll halt eine gute Auffassungsgabe Sag ich mal haben Ich hab keine Ahnung Ich sag mal, er hinterfragt die Dinge kritisch Ich weiß es nicht Keine Ahnung Ich bin Frank Barnaby Mein Name ist Sherlock Holmes Ja Hat er was gegen Sherlock oder hat er nichts gegen Sherlock? Das ist die Frage Ich stelle mich mal vor Vielleicht kommen wir ja so rein Hm, okay Ich dachte, da kommen wir vielleicht dann eher rein Aber nein, kommen wir nicht Die Bank ist für reguläre Besucher Der Wachmann lässt nur noch Frank Barnaby hier rein Hinweis anheften Ist im Besitz eine Einladung für die Auktion in der Bank Ja, das ist ja auch alles schön Wo ist da drüben? Ach da Nichts leichter als das Da hab ich mir entweder selber ein Beinchen gestellt Oder Hoppala Oder Äh, ja Ich soll mit den Leuten reden So wie es aussieht Soll ich jetzt einfach mit den Leuten reden Die jetzt hier Umlaufen oder was? Nimm mal dich Du stehst da so Mit dir kann ich gar nicht reden Ja, super Kann ich mit dir reden? Ey, heute haben wir ein Glück Ernsthaft Mr. Frank Barnaby Die Einheimischen sagen, dass er in Chinatown einen Laden namens Barnabys Hidden Gems hat Okay, Chinatown ist in der Richtung Barnabys Hidden Gems Was haben wir denn hier? GD Gator Gehört es da noch zu Scheinertun? Und das ist schon das nächste Veröffentliche? My soul will always yearn for London's Gloom But it reminds me of Cordona in a nice way Barnabys Hidden Gems Äh, schauen wir mal hier die Straße rein Moment Ha Wo ist dies doch Oh, wollt ihr mich jetzt hier veräppeln? Echt jetzt? Bankhaus veranstaltet Auktionen Übrigens nebenbei Ich denke mal, dass wir sonst auch nicht reingekommen werden Weil wir halt keine Einladung haben Okay Da kommt man auch nicht rein Okay Die zwei Gentlemen sagten, dass Mr. Barnaby ihnen Geld schuldet Er ist als Alkoholiker bekannt Und betrinkt sich offenbar gerade in einer hiesigen Bar namens Giddy Gator Im Kreolenviertel Das war, glaube ich, das, was wir eben entdeckt haben Es soll an einem gelben Hut und einem grünen Jackett zu erkennen sein Giddy Gator Okay Vielen Dank, die Herren Vielen Dank Kommt man da auch durch? Ja, ne? Giddy Gator Bar Ach, gucke mal Geradeaus Wo auch immer jetzt hier geradeaus ist Darum, darum, ich weiß es nicht Hier dürften wir im neuen Viertel sein Ähm, das sieht mir aber nicht aus, als ob hier eine Bar ist Das ist was anderes Ja Wo ist denn die gute Bar? Also die Kirche haben wir schon mal gefunden Ich denke mal nicht, dass die hier unten ist, oder? Aber ich gucke trotzdem mal eben Ich denke mal, hier sind nur die Wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Moment Äh Kreolenviertel Da sollen wir auf jeden Fall hin Wir sind quasi jetzt da runtergelaufen, ne? Wenn ich das jetzt richtig sehe Diesmal steht aber keine Bar drin Schade Ich dachte, eventuell ist die Bar eingezeichnet Aber ist sie offenbar nicht Okay, das heißt aber Wir müssten eigentlich zurück Was mich nur wundert Dass dieses Hinweisschild halt hier hingezeigt hat In die Richtung Giddy Gator Bar Wo ist denn der Eingang hier vorne? Hier anscheinend nicht Ähm Hier hängen auf jeden Fall schon die ersten Schnapsleichen Die Frage ist, wie kommt man jetzt hier rein? Ist hier irgendwo ein Eingang? Ach, Moment Gelber Hut Äh Da war doch was mit gelbem Hut Und Äh Er soll am gelben Hut und ein grünes Jackett Ja, 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 ja Genau, genau, genau Okay Dann nehmen wir ihm einfach mal die Einladung ab Würde ich sagen Einladung zur Auktion Mr. Barneby Das Bankhaus E.W. Grey Läht sie herzlich zu einer Auktion In geschlossener Gesellschaft ein Wir freuen uns Eine Kollektion seltener und außergewöhnlicher Schwarzer Opale anbieten zu können Kontaktieren Sie Für weitere Informationen bitte unser Personal Wir würden es sehr begrüßen Sie mit Ihrem saubersten Anzug Und nüchtern in unserem Hause willkommen zu heißen Sollte es zu einem weiteren unzumutbaren Vorfall kommen Sehen wir uns leider gezwungen Sie von unserer Liste potenzieller Käufer zu entfernen Können wir uns den Umhang hier holen? Oder Ja, dann nimm sie doch Achso, okay Was denn? Der sieht doch mal cool aus Okay Ja, wir spielen jetzt gerade mit ihm Okay, okay, okay Obwohl wir könnten eigentlich da mal schnell hinporten Das geht wahrscheinlich schneller als wenn ich da wieder rüber laufe Ähm Chinatown Wenn ich in die richtige Richtung weiter laufe Sollte ich auch schnell zur Bank kommen Und natürlich weiß ich gerade nicht, was die richtige Richtung ist Ich hoffe, es war da Na Ne, Gator Okay, dann war es genau falsch So, Moment Einmal zur Bank, bitte Oh, ich finde das genial Ich dachte jetzt echt, dass der Sherlock selber reingeht Ich meine Ich meine, vielleicht Okay Vielleicht hätte das auch wirklich gepasst Dass Sherlock mitgegangen wäre Hätte ich jetzt gesagt, dass er Ähm Dieser Barnaby ist Ähm Ja Ja, aber dadurch, dass ich halt gesagt habe, dass ich Sherlock Holmes bin Deswegen wahrscheinlich, äh Muss ich jetzt mit ihm spielen Aber es hätte so Ich weiß es nicht Okay Okay Es wäre aber schön, Watson, wenn du dann erst gehen würdest Wenn ich, ähm Losgehe Ja, ja, ja Moment Wir sind jetzt, äh Hinweis anheften Gut Darüber sollte man vielleicht nicht mit den Leuten sprechen Schwarzer Opal Mal sehen Ja, ich kann auch einfach hinter die Theke Okay Was haben wir denn hier? Tafel mit Wohltätern Das Bankhaus E.W. Gray dankt folgenden Wohltätern der Stadt Die sich um unser Geldinstitut verdient gemacht haben H. Amitage Dillard E. Arnzen Französisches Viertel J. Ja, ich muss die ja nicht alle vorlesen, denke ich mir mal Engel Fillmore Okay, wir haben auf jeden Fall neue Hinweise jetzt hier aktualisiert Da können wir nicht rum Oh, Entschuldigung So Aber ich sollte vielleicht doch Moment, sie ist nicht mehr beschäftigt Äh, wer war der Vorbesitzer? Komische Frage, aber Okay Diese Gems sind ziemlich interessiert Was kannst du mir erzählen über sie erzählen? Diese Rarbeauties sind Black Opal All the way from Coober Paddy, South Australia Wenn sie die Licht sehen, die Dark Stone wird eine brillante Rheinbäu Das ist etwas Besonderes Mhm Es ist nicht so, wo diese Stöhne kamen, keine Provence, keine Vorbesitzer Ich beginne zu erwähnen, dass sie illegalisch verkündigte wurden Was? Wir würden niemals Ich kann euch sagen, dass diese Gems wurden von einem von New Orleans aufstehenden Ein Philanthropist Wenn du mehr willst, dann kann ich meinen Manager holen Oh, Barnaby Haha, ich glaube nicht, dass du aufstehst für die Auktion Und eine Stunde vorhin, du warst drei Schäte zu den Wind Oh, äh, ich verstehe meine Licker besser als die meisten Und die Auktion war eine wichtige Herausforderung Eine wichtige Herausforderung Eine wichtige Herausforderung Was hast du mit dem realen Barnaby? Haha, well, maybe I'm drunker than I thought, mister Mister? What's wrong, Frank? You're looking pale Don't you recognize your old pal, Grub? Okay Großer Filzhut, überdimensioniert Möchte sich verstecken oder etwas verbergen, nehme ich mal an Er ist der Sheriff der Stadt, Machtposition Ich komme hier nicht runter So Polierte Fingernägel Eitel oder rechtschaffendes Image Wahrscheinlich eher eitel Achtet auf sein äußeres, edler Stoff Schützenkönig-Auszeichnung Oh Gott, es verfolgt mich sogar ins Spiel Ist stolz oder will prahlen Ja, wahrscheinlich letzteres Ähm, bellener Hund, der nicht beißt Gepflegtes Äußeres, aber gefährlich Ähm Sheriff Grubbs Wort ist der New Orleans Gesetzte Er ist ein Exzentriker, der sehr auf sein rechtschaffendes Image und sein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild achtet Inklusive seiner Fingernägel All dies ist jedoch nur eine Fassade, um sein wahres Naturell zu verbergen Er ist ein gnadenloser Mensch, der in städtischen Gemeinschaft viel Macht hat und einen gefährlich werden kann Und das andere Auf Sheriff Grubb trifft der Satz Hunde die Bälle beißen Er will den Eindruck erwecken, dass er in New Orleans etwas zu sagen hat Ist aber letztlich nur ein Rädchen im großen Getriebe der Polizeibehörde Tatsächlich fühlt er sich in seiner Rolle so unwohl und minderwertig, dass er versucht seine Unzufriedenheit mit albernen Wettkämpfen, einem modischen Erscheinungsbild und Drohgebärden zu kompensieren Würde ich zu 100% unterstreichen, gerade auch wegen diesen komischen albernen Orden da vom Schützenfest Ganz ehrlich, er ist Sheriff Also wenn er schon einen Sheriffstern drauf hat, ist das ja früher im Wilden Westen so dieses Zeichen gewesen Hier, ich bin hier der Boss, sag ich jetzt mal Ich bin das Gesetz, ich achte hier auf alles Die haben nicht so lächerliche Auszeichnungen noch nebenbei getragen Deswegen würde ich dem mal zustimmen, ja Ja Ich bin Angst, die Bälle kommen zu lassen Fines? Genau Ich bin Angst, dass ich nichts auf mich Das ist lustig Du bist nicht auf der Auktion? Ich war nicht gestorben, Frank Jetzt Assault Batterie Disorderlich Das ist sehr wichtig Du hast es einfach Aber wenn du nicht aufhörst, Dinge werden viel schlimmer Schau mal, Sheriff Ich bin tatsächlich nicht Woa, woa, woa Think careful now Cause Frank Barnaby Only owes us cash But fraud Impersonation That's weasel behavior And you know what we do to weasels round these parts Feed them to the gators So, Frank What's it gonna be? Here's all I have Mighty fine of you The people of this parish deserve peace They don't take kindly to visitors Don't miss that boat tomorrow morning, Doctor Okay Was haben wir denn hier? Das können wir erstmal Weil mich nervt das, wenn überall diese Ausrufezeichen sind Das heften wir mal direkt mit an Da müssen wir auch drüber sprechen Die Frage ist, mit wem sprechen wir jetzt darüber Das sind ja jetzt nicht so viele Leute, fragen wir einfach mal Ich glaub nicht, dass ich mit ihm sprechen muss, oder? Was? Ja Ähm Frage ist, kommen wir denn auf das Boot drauf? Wir können eigentlich mal eben Äh Hafenamt Hat uns jetzt nicht viel gebracht, denke ich mal Aber Das ist nur die Frage Hier ist der Übergang, ne? Ist das unser Schiff gewesen? Das blaue? Ich hab da jetzt ehrlich gesagt gar nicht so drauf geachtet Aber ich glaub wir sind von links gekommen, ne? Wir können aber nicht mehr dahin Zum Schiff zurück zu gehen und die Kleidung zu wechseln Damit Watson nicht den schlechten Wurf zu spüren bekommt Also ich bin mir eigentlich sicher, es war das blaue Aber ich schau trotzdem hier mal rum Was ist mit der hier? Äh, okay Wo ist available? Da kommen wir nicht rein Ist auch nicht unser Schiff, aber Die Frage ist jetzt nur Da hinten können wir auch nochmal runter Aber wir sind doch hier hochgegangen Zum Schiff zurückzukehren und die Kleidung zu wechseln Wir sind auf jeden Fall hier über die Straße gegangen, wo der Wo der, ähm Der Waggon stand Wieso kann ich da nicht auf das Schiff rauf? Hier verwirrt mich Leute War der hier gerade am Kotzen oder was? Das sah jetzt irgendwie komisch aus Ähm Hallöchen Auch dich kann ich nicht streicheln Das ist gemein Hier oben kommen wir wahrscheinlich auch nirgendwo hin Ne Ich meine, da steht ja auch drin, dass ich auf das Schiff rauf gehen soll Aber Warum darf ich da nicht rauf gehen? Muss ich mit dir vielleicht noch reden? Was? Okay, mit ihr können wir nicht sprechen Wieso darf Flucht sei die Crew Ja, genau Wieso darf ich jetzt nicht auf das Schiff rauf? Ich hätte das nämlich schon gerne noch in dieser Folge erledigt Was mit dir? Hm Oder kann ich hier, das geht natürlich auch Ne, du kannst das Outfit nicht wechseln Das geht nur bei Sherlock Moment Ne, hier kann ich nicht rein Wie soll ich da auf das Schiff kommen? Ich verstehe es nicht Ich verstehe es wirklich nicht Äh, ich gucke jetzt nochmal kurz bei dem hier Ja, und da kommen wir nur zum anderen hin Ja Ja, ich hätte das jetzt schon gerne in dieser Folge noch gemacht, aber anscheinend darf ich das nicht Äh Es steht aber eindeutig da drin, dass ich zum Schiff zurückkehren soll Den Hinweis habe ich auch drin Ich kann auch nichts machen, also in Sachen Konzentration oder sonst was Moment Nein, oder? Oh, bollocks Oh, bollocks, now our clothes are in the bloomin water Und du hast bereits einen Enem in Sheriff Grub Der Mann starf seinen Gators, in der sich jemanden crossen ihn John who? Watson Well, Johnny If you plan on sticking around, you better change that suit Or Frank's reputation will catch up with ya And then you'll be a John Doe Alas, I think one of those Gators is currently devouring my spare clothes Ha, you got yourself in a fine pickle Alright, come on board the Nymph of Louisiana and I'll sort you something to wear The Nymph? Is that what it sounds like? Why are you helping me? Well, let's just say you ain't the only one who's had run-ins with the Sheriff The way I see it, this city deserves better Now quit your stalling and head on over to the Nymph I'll be in room 6 This Mr. Bardaby is proving rather useful Perhaps you're not so different after all One more word, Holmes, and I'll hand you over to the Sheriff Sorry, was that John talking or Frank? Go annoy someone else while I visit the Nymph Okay, Kabine 6 Da rechts kamen wir nicht hoch, dann gehen wir mal hier rüber Achso, hier, ja Ja, wunderbar, die gut... warum backt der jetzt hier so komisch vom... von der Optik hier? Ah, wir sind wieder Sherlock, sehr schön Ja, ich wollte es sowieso jetzt tun, aber das ist natürlich dann der perfekte Zeitpunkt jetzt, wo wir wieder Sherlock sind Dass wir hier einen kleinen Cut machen und ja, dass wir den Rest dann in der nächsten Folge untersuchen werden Bis zur nächsten Folge, ciao! Vielen Dank für dein Like! Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren Bis dann! Bis dann! Bis dann!